Ja und damit willkommen zurück zu Starfield. Ja, in der letzten Episode haben wir es ja hier in diese tolle Forschungsstation geschafft, in der wir so wunderbar hin und her shiften. Und ich meinte, das ist der Punkt, wo wir hier wieder in eine andere Dimension gehen. Ja, sieht ja schön heimelig aus hier. Oh, ich hasse diese Geräusche. Oh, okay, das wäre hier. Ich will mal ganz kurz, Moment, ich will da in diese andere Tür mal kurz reingucken, wenn sie denn offen ist. Okay. Oh nein, mal zurück. Ja, geil. Ah, warum ist das Zeug zu? Widrig. Okay. Es gibt zwar Goodies, aber nicht für mich. Wäre einfach zu schön gewesen. Was? Witze? Oh. Das ist also auch ein Ding. Äh, ja. Es ist, ähm... Shit, da ist ein Roboter. Wird der Alarm gleich los... Uh. Wird der Alarm gleich losgehen, wenn ich mich mal jetzt hier reinschifte. Ja, geil. Äh. Hm, nee. Notfallkit. Ach, nehm ich mal mit. Nehme ich mit. Ja, was soll's. Ähm... 214. Nehm ich mit. Geil. Wenigstens mal Munition. Der ist nämlich auch mit. Hast du eigentlich noch irgendwas? Jo. Äh, bei dir? Nö. Wo hat's mal das andere Geschütz? Ah. Mehr. Jut. Ich glaub, das wär's dann hier. Gucken wir mal. Äh, Gesch... Uh. Geschützsteuerung. Status, kein Signal. Tja. Warum wohl? Ober der Steuerraum. Kein Signal. Alarmsteuerung. Oh, deaktivieren. Wenn's dann was bringt. Okay. Sicherheitssystem. Feder... Mehrfach. Ja. Oh, okay. Dann wären jetzt die Gates offen. Okay. Aber praktisch. Ihr auch. Sicherheitsabregelung aktiv. Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Aha. Ich guck mich mal kurz um. Äh, nix. Oh, Digi-Dietrich. Geil. Geil. Scheiße. Da hat's jetzt ein paar Gegner hier. Oh. Oh. Ich glaub, ich bleib hier mal. Mehr. Ja. Sind die anderen roten Dinger hier Geschütze? Ja, da ist es mindestens eins. Ich will euch ja gar nix tun. Oh. Das ist auch eine Spezialmunition, oder wie? Weiß. Ach, da ist ja auch noch eine Kamera. So, ein Roh... Ach, da hinten. Gut, gut, gut. Äh, nö. Warte ich eigentlich nicht. Da ist noch ein Roboter. Hier auch. Hier auch. Ich würde mich raten, dass da hinten ist, die Steuerung. Einsteiger! Ich werde es auch wieder verkacken, oder? Also mal gucken. Da gibt man da rein. Und dann haben wir hier zweimal so einen Nahen, dann haben wir da hinten. Ich probier's mal. Yay! Scheiße! Scheiße! Mmmmm. Einfach geil. Ja, ich weiß. Ich und diese Reads-Locker, die sind von hier rauskommen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier unten noch ein bisschen um. Secure the Access. Oh, da kommen wir rein. Keine Digi-Dietriche, weil verschlossen. Schade. Hat's auch keine Kiste mehr. Ich sag mal, von euch habe ich alles genommen, ne? Naja, nicht alles. Gut. Dann würde ich sagen, shiften wir mal. Und zwar als erstes... Keine Ahnung. Vielleicht mal da hinten. Aber da, bitte greift mich nicht an. Oh. Das war jetzt irgendwie klar. Hallo! Und tschüss. Es sind noch zwei. Und weg sind sie. Äh, hä? Was haben wir hier? Oh, ich bin gerade. Warum ist es hier rot? Gut. Shiften. Alles wieder Heide. Oh, Medi-Pack. Hm, nö. Aber das nehme ich mit. Kann ich jetzt? Ne, natürlich nicht. Warum muss denn hier alles zugesperrt sein? Anzug-Werkstatt war hier auch nicht. Gucken wir mal hier nach oben. Nichts Spannendes. Waffen-Werkstatt. Nö. Oh, wir werden shiften. Ich würde gerne... Ne, war die Tür da offen? Ja, die war offen. So, hier auch zu? Ja, dann. Wow, alter. Erschreckt mich nicht so. Da sind wir zwei. Achter. Hallo. Komm da. Sehr gut. Was ist denn hier drin? Uh, was habe ich da? Nice. Ach ja, Mine. Gut. Okay. Alles eingestürzt hier. Also, wir müssen außen rum. Ach so, ja. Hier wieder Heide, damit wir... Uh. Mann, warum ist das hier alles abgesperrt? Ach, und da sind die Dinge an der... Ja, klar. Und wo? Ah. Ich sehe nicht. Aber er sieht mich. Ach, da hinten. Eine Königin. Ah. Der Untertan. Hallo. Es war einmal eine Königin. Nee, hier würde ich eigentlich noch nicht shiften. Da hinten ist sie. Oder? Ja. Hat aber nichts Interessantes dabei. Schade. Wo bin ich da unten? Äh, wie komme ich denn jetzt... Wie komme ich denn da jetzt rein? No way. Oh, verzerren. Na, jetzt bin ich halt wieder hier. Aber vielleicht hier in der Ecke? Nö. Ah, wieder zu. Wie kommen wir da unten rein? Hier unten hat's ja nix zum Springen. Ach, warte mal. Wir haben eine Schlüsselkarte. Oh, praktisch. Okay, jetzt müssten wir halt... Wo ist denn ein Sprungteil? Ach, da. Ob das so grundsätzlich gesucht wird? Schalten wir das mal ab. Sicherheitssystem. Okay. Gehen wir überbrücken. Was? Alter. Halt mich in Ruhe. Roboter? Ja. Roboter. Judy. Ja, du wirst mich nicht finden. Wir springen. Sind die jetzt noch Aggro? Oh, so kann ich die also auch loswerden. Ne, der läuft da hinten. Ja, ja. Kommst du hier runter wieder? Na ja, komm her. Fuck. Oh. Ah, Medikin. Ja, vielleicht vom Vorteil. Nice. Nice. Oh, eure Munition würde ich haben. Gut. Ah, da hinten ist jetzt offen. Nice. Alla. Ich soll es mir echt angewöhnen, diese Kameras zu prüfen. Gut. Was machen wir hier? Sicherheitssystem. Explosion. Schilderbereich. Überbrücken. Danke. Moment. Also hier ist jetzt aufgegangen. Da hinten. Achso. Es hat sogar zwei Kameras hier drin gehabt. Mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten Raum. Ohne dass der Lama abgeht. Wenn ich nicht mehr wüsste, wo der ist. Da hinten irgendwo. Ähm. Wo ist der hin? Ist denn irgendein Typ? Ach, da hinten. Ah. Sieht zumindest, es ist auch keine Kamera. Und wir haben wieder... Ah, Mann. Alles zugesperrt hier. Kann es doch nicht sein. Ich glaube, hier drin ist keine Kamera. Okay. Auf den Koffer. Aber nächstes Mal... Oh, geil. Mitnehmen. Okay. Gut. Das war's. Wir shiften. Und machen uns ready. Hm. Das hat ja sehr geholfen. Ja. Aufzug sperrt hier. Ah. Da ist es offen. Oh. Und auch. Und auch. Sollte vielleicht nicht die gute Munition für die schwachen Gegner hier nutzen. Oh. Danke du. Ach. Noch mehr? Achtung. Gehört habe ich es, aber gesehen nicht. Okay. Let's shift. Ah, kann ich aber was weggebogen hier? Gut, das schaut auch hier schon mal nicht gut aus. Oh, fuck. Ah. Ah. Oh, wir sind jetzt rein von euch. Alle Systeme versagen. Ah. Keine Ahnung. Also, ich bin jetzt so in den Raum rein, sehe halt, sehe halt den Roboter-Kasten und denke, ja, scheiße, die Kamera hat mir jetzt bestimmt schon gesehen. Äh. Ja. Es wird nix. Es wird nix. Oh, rauf. So, alles auch hier. Uh. Fälles. Ja, ansonsten nix spannendes. Guck mal, Fälles. Immer her damit. Pidi-Bag. Das kann ich gut gebrauchen. Okay. 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 Einladend. Was genau... ...denkt es mir, dass ich hier shifte? Achso. Ich kann hier weitergehen. Wann kommt eigentlich Big Daddy? Oh, Fälles. Nice. Ah, strategisch durchladen. Okay. Okay. Wie, jetzt gar kein Gegner. Sagte er und ging in der Burskampf. Warum darf ich dich nicht? Einer noch. Wo ist da? Da ist er, Eilie. Ach da. Gut. Extreme Hitze. Mein Gott, das kleine Feuerchen da. So, und hier haben wir wieder Kamera. Wird schon gesehen, wo sie ist. Ich werde aber trotzdem erkannt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Oder kann ich es hier abschalten? Oh, ist hier noch was? Kamera war, glaube ich, hier hinten oben. Ah, fuck you. Oh. Geil. Fuck. Warum zerlegt es die da so voll? Schütztum? Ja, natürlich. Wo ist der andere? Ach, da oben. Nice. Ja, ich glaube. Stimmt. Da war ja was. Okay, Orientierung nicht verlieren. Wir gehen hier rauf. Haben wir uns mal ein Medipack rein? Wo ist der andere? Hä? Wo denn? Ach so. Will ich hier shiften? Ich glaube noch nicht. Ah, ich will hier vielleicht noch shiften. Ich weiß halt immer noch nicht. Welche. Ähm. Okay. Ich weiß nicht. Was wird das, wenn es fertig ist? Ähm. Welche Welt ich da eigentlich retten will? Ähm. Hier haben wir einen Roboter, der rumlauft. Und es ist zu. Also ich muss so da... Ja, warum wir auch hier... Jetzt spielen. Brauche ich das. Nö. Okay. Ich werde mal die eine Superschrotze mal wieder nehmen. Das war das hier. Und dann sagen wir mal Hallo. Oh. Da hat's ein paar von euch. Okay. Warum wird das hier noch ein Postkonventen? Oh. Kein Gegner mehr? Kann ich mir nicht glauben. Okay. Hier sind noch die zwei da oben. Jetzt. Ich glaube, ich laufe hier nicht durch. Ja, ich glaube halt irgendwie, dass das das Richtige ist hier. Gut. Wir haben es geschafft. Achso, ja. Das sollte man vielleicht noch mitnehmen. Wir sind ja eigentlich gekommen. Die Frage ist, was ich jetzt nicht bedacht habe, ist, kommt man in der Realität überhaupt raus? Ich nehme mich mit. Waffe ist jetzt nicht so der Burner. Ausgang. Ausgang. Uh. Nö. Okay. Was hat man da jetzt für eine krasse Waffe gekriegt? Waffe ist? Öh. 127. Berserker. Je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. Radioaktiv. Fürsache zufälligen radioaktiven Schaden. 127. Die macht aber 251. Da nutzt er aber andere Munition. Schwere Waffe. Legendär. Hm. Ich bleib bei der Schrumpflinte. Äh. Ja, hier raus. Glaub ich. Ach, hier ist... Okay, alles klar. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Hey, servus! Du bist zurück. Ich war mir nicht sicher, ob du noch lebst oder ob du zu mir zurückkommen würdest. Ich bin dir dankbar, aber wieso bist du nicht in dem anderen Universum geblieben? Hmm. Eu? Ja, das tue ich. Es ist nicht viel, aber hier sind ein paar Dinge, die du vielleicht brauchen kannst. Du kannst auch alles andere, was du findest, gerne mitnehmen. Niemand wird es vermissen. Und ich schulde dir was. Wenn du mal einen Ingenieur brauchst, melde dich. Jetzt lass uns von hier abhauen. 11.400 Credits. Oh, geil. Und noch ein Level Up. Ähm, Medipack. Habe ich das schon geschnarzt? Ja. Also, dann, ähm, aus hier. Ich glaube, es gibt hier nichts mehr, was wir irgendwie brauchen. Haben wir ja schon alles mitgenommen. Ja, unsere Begleiterin? Du bleibst jetzt hier stehen, oder wie? Oh, Gegner. Oh, jetzt sind die hier überall. War das vielleicht doch das falsche Universum? Hm. Jetzt bin ich mir doch ein bisschen unsicher. Werden auch jetzt nicht da runterkommen. Oh, nee. Ich bin wieder überladen. Komm. Regenerier dich. Ah, so ein Shit. Okay. Ein bisschen ausruhen. Ich glaube, ich werde dann im Schiff mal ein bisschen Inventarmanagement machen. Aber ich denke mal, das mache ich außerhalb der Episode. Ah. Okay. Kann ich jetzt schnell reisen? Mein Schiff. Da war ja was bezüglich der Schnellreise. Ach so, bist du jetzt generell mein neuer Begleiter, oder wie? Okay. Okay. Es ist nicht mehr weit. Wir haben es fast geschafft. Der ganze Loot muss mitkommen. Okay. Ganz ehrlich, wir hätten eigentlich da oben landen können. Übersetzen das Landepad. Oder ist unser Schiff da ein bisschen zu dick für das Toe? Naja. Das könnte ein bisschen zu groß sein. Ich weiß, wenn wir so ein ganz kleines Schiff gehabt hätten, dann wären wir vielleicht da oben gelandet. Wer weiß. Moin, Vasco. Oh, komm. Ausruhen. Einsteigen. Gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen Inventarmanagement und dann sehen wir uns gleich wieder. Kleiner Cut. So, zwei Stunden später bin ich wieder da. Ich habe mein Inventar leer gemacht. Das ist ein bisschen zweitesgehend. Und wir können jetzt weitermachen. Stichwort weitermachen. Was heißt weitermachen? Offenbarung. Gib dich nach Masada 3. Okay. Wo ist denn das? Aha. Ah, nun fliegen wir mal nach. Dahin. Und wir springen sofort wieder. Ich will hier keinen Kampf haben. Hä? Warum will der so komisch springen? Gut, dann Level 60. Ähm. Weil ich erstmal hier hin muss, oder wie? Äh. Sprung. Sprung. Wart schon wieder. Level 50. Ah, wir sind da einfach... ...weit davon entfernt. Warum? Ich habe keine Ahnung auf... ...ding ein von denen mal. Ich frage mich, wann es jetzt hier kracht. So. So. Ähm. Außerreich. Gut, dann springen wir da hin. Wir schieren umständlich. Okay. Raus da. Und jetzt bitte dahin. Das Schiff hat nicht genügend Kraft. Sprungreichweite verbessert deinen Kraftantrieb. Oder erhöht den Rang deines Astrodynamics. Echt jetzt? Ach, Treibstoffverbrauch. Aber das ist doch jedes Mal anders. Ach, das... Weißt? So zurückspringen. Das... Das kann ich machen. Aber nach da unten... ...komme ich nicht. Äh, Mann. Okay. Das heißt, wir müssen... ...in die Hauptstadt. Warte mal. Nein. Gerade bitte. Danke. In unsere... ...riesenstadt da. Wo es einen Mechaniker hat. Wo war denn das? War Alpha Centauri, glaube ich. Oh, nettchen. Ah, für Alpha Centauri kann ich... ...bis hierhin springen. Umständlich. So. Wo ist hier? Was? Also... Das macht sogar keinen Sinn. So. Immer noch nicht dahin. Bis wohin kann ich denn? Hä? Ja, dann springen wir halt bis... ...unerforscht die Route. Dann springen wir mal dahin. Okay. Oh, nächster Sprung. Wie sieht das von hier aus jetzt? Nach da? Nee. Und da? Moment. Du wolltest... Nicht nach da? Nee. Eins runter. Heisenberg. Das ist eine Anspielung jetzt. Heisenberg 2. Hahaha. So. Kann ich jetzt da hin? Ich kann bis da hin. Bitte sag mir, dass ich jetzt springen kann. Wo ist es? Danke. Alpha Centauri. Zur Stadt, bitte. Die Loge... Wo war denn das? War das in... Geschäfts... Ich glaube, es war im Geschäftsdistrikt. Landen. Die meisten unserer wohlhabendsten Kunden... kamen aus New Atlantis. War der Falsche. Aber wenigstens bin ich jetzt mal da. Und ich kann mal den Antrieb upgraden. Zumindest versuche ich es. Und dann versuchen wir diese Offenbarung da... zu kriegen. Ich würde aber sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Wird das upgraden. Ist jetzt eh nichts Spannendes. Und dann werde ich mal da hinjumpen. Und machen von da aus weiter. Das war so ein bisschen mühselig, hierher zu kommen. Aber ja. Es macht so gar keinen Sinn. Diesen einen kleinen Sprung da, dass wir den nicht machen können. Aber ansonsten... Können wir quer durch die ganze Galaxis hier springen. Also... Naja. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch einen Daumen nach oben da. Und dann springen wir zur nächsten Episode. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten... Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.